Hallo Leute, ähm, Leute, ich stelle das Video auf YouTube, ne? Ey, komm! Das, 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 stelle ich's auch an! Da spielt gerade mein kleiner Cousin. Heute ist Silvester, da kämpft ihr ein bisschen. Oh, da war lieber. Ja, ich weiß eigentlich seltsam, wo ich gerade bin. Ihr seht, glaube ich, nur schwarz. Ja, Leute, falls ihr mich seltsam kennt, habt ihr Glück. Naja, kennt ihr, glaube ich, gar nichts. Kennt ihr hier was? Ja, okay. Ich höre, dass ihr jetzt hier im Ball ist, oder? Ich halte gerade der Beste nicht. Oh, Leute. Oh. Ich weiß, dass ich kaum Pokémon rausbringe. Das ist auch wirklich kacke. Ähm, ja. Also, Leute. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie lange das hier wird. Jetzt rück ich einfach mal ein bisschen raus. Obwohl ich nicht wie will, aber alles klar. Ja. Ich habe eigentlich wirklich keine Ahnung, was ich... Wieso ich das Video mache, Leute. Aber, naja, noch vielleicht ein paar mehr Videos zu haben. Ja. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich machen will. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich machen will. Ich kann auch noch ein bisschen gucken. Irgendwann. Wer gewinnt? Ähm... Wir sind... Ähm... Der, der gerade den Finger auf den Matten zeigt. Und der jetzt dreht. Und der... Der da, da mit den blotten Haaren. Der sind warm. Ja. Und da kommen direkt meine kleine Schwester. Und... Ich glaube, ich meine... Äh... Und die Sonnen, falls ich mich recht darf. Und... Ja. Ja. Wie ist das geschieht? Hallo? Hallo? Und meine kleine Schwester hier. Ja, Leute. Ich werde... Leute, ich werde es jetzt... Freude beenden. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.